Achtung, hier wird gejagt und geschossen. 14 Wildschweine, drei Rehe und zwei Füchse haben die Schützen erlegt. Und das hat gute Gründe. A, haben wir hier Schäden in der Forst- und Landwirtschaft, die in der Regel der Jäger auch bezahlen muss. Wenn es mir nicht machen würden, irgendeiner muss es bezahlen und wir haben auch keine richtige Natur mehr. Dementsprechend passt das ganze Verhältnis miteinander nicht mehr. Die Natur ist aus dem Gleichgewicht geraten und an vielem daran ist der Mensch schuld. Der Jäger versucht dem entgegenzuwirken, versucht wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und dafür müssen eben auch Wildtiere getötet werden. Das wird immer schwieriger. Das Wild ist mittlerweile heimlicher geworden durch verschiedene Ursachen, durch Forstung, Freizeitdruck, freilaufende Hunde, Radfahrer, E-Bikes etc. pp. und zieht sich immer mehr zurück, sodass es sehr schwer, fast gar nicht mehr normal zu bejagen ist. Unter einer normalen Jagd stellt man sich den Jäger nachts im Wald auf seinem Hochsitz vor. Er wartet und wartet und wenn er Glück hat, erscheinen auf der Lichtung Tiere. Dann ein gezielter Schuss und ein Tier ist tot. Aber das reicht nicht mehr aus. Bewegungsjagden sind daher ein bewährtes Mittel, bei dem viele Schützen gleichzeitig eingesetzt werden. Jeder hat einen Drückjagd-Bock, keiner steht auf dem Boden. Ab der Einnahme des Standes und des Herstellens der Sicherheit ist auch feuerfrei. Treiber und Hunde treiben die Wildtiere aus ihren Verstecken. Im besten Fall in die Richtung, in der auch Schützen positioniert sind. Eine Drückjagd ist eine Jacht, in der Wild auf die Läufe gebracht wird, indem es durch Treiber und oder Hunde aus der Dickung getrieben wird. Diese Jagdform finden auch einige Naturschützer gut. So sieht Rolf Müller, der Fachbeauftragte für Jagd und Wild des Nabus, darin eine geringe Stressbelastung für die Tiere. Drückjagden sind grundsätzlich ein wichtiges und richtiges Mittel im Wildtiermanagement. Die jagdliche Störung wird auf einen Vormittag beschränkt und erstreckt sich nicht über mehrere Tage, wie es bei Ansitzjagden der Fall ist. Wichtig ist, dass die Jägerinnen und Jäger ihr Handwerk verstehen, damit die Tiere nicht leiden müssen. Grundsätzlich sind Jagden notwendig, um in unseren anthropogen geprägten Wäldern naturnahes Arbeiten der Förster möglich zu machen. Gebündelter Stress für die Tiere, bis sie vor die Büchse kommen. Und dann muss der Schuss sitzen. Eine Drückjagd ist nicht stressfrei, das wäre gelogen, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber wir tun alles Menschenmögliche, um sie so stressfrei als möglich zu halten. Wer über das Weiterleben eines Tieres entscheidet, muss verantwortungsvoll, respektvoll und wohlüberlegt handeln. Er denkt nicht nur an das zu jagende Wild, sondern auch an seine Mitschützen, an die Umgebung, an die Natur und auch an die anderen Tiere, die im Wald leben. Andere Tiere sind definitiv nicht in Gefahr. Grundsätzlich weist der Jägerboot drauf, er schießt nur dann, wenn ich es klar ansprechen kann, darf ich auch schießen. Heute hatten wir die Freigabe Rehwild, Schwarzwild, Waschbären, Füchse und Enoch. Alles andere war nicht frei und dementsprechend bleibt der Finger lang. Bei der Drückjagd in Steinfurt waren 47 Schützen, drei Hundemeuten und 28 Treiber im Einsatz. Erlegt wurden an diesem Tag 14 Wildschweine, drei Rehe und zwei Füchse, die anschließend ausgeweidet wurden. Um die Tiere zu ehren, wird am Ende einer Jagd Strecke gelegt. Das heißt, die erlegten Tiere werden auf Tannenreihe sich gelegt und Schwedenfeuer entzündet. Die Jagdhörnspieler blasen dann das Ende der Jagd.